Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zurück zu Sims 4. Wir sind mitten in der Nacht. Summer kam gerade vor der Arbeit, wurde befördert. Ob sie jetzt nochmal scharf wackelt, zu bezweifeln? Aber ich werde sie jetzt ohne große Umschweife erstmal ins Bett schicken, weil sie nochmal los muss. Heute, aber erst um siebzig Uhr zum Glück, das heißt, sie kann noch ein bisschen schlafen. Betty liegt schon im Bett. Und Betty könnte das auch irgendwann, weil sie so lange gemacht hat. Aber sie muss ja, weil wir müssen ja ihre offensichtlich volles Programm für Teenager ist. Sie hat so gut wie keine Freizeit, aber das ist leider übel. Da ich sie gerne erfolgreich später in die Schauspielkarriere stecken möchte, muss sie jetzt ordentlich ackern, damit das auch klappt. Gut, aber jetzt erstmal reine ins Bett, Summer. Schlaf schön, ich hoffe, du hast noch viele Tage vor dir. Hoffentlich kommt Betty aus dem Bett, deswegen bin ich auf ihr, damit ich sie rechtzeitig rausschmeißen kann, falls das nicht klappen sollte. Dachte ich mir. Liebestag ist heute. Liebt sie den? Oha. Romantisch, verbringe Zeit mit demjenigen, den du liebst oder in den du dich verliebt hast. Nimm teil, indem du romantische Sozialaktionen, wie Küssen, umarmen, flirten oder Technik, Mächte, oha. Blumen geben. Ja gut, da klar, Teenies geht auch, aber du sollst nicht grillen. Du sollst nicht grillen, du wirst jetzt erstmal schnell was essen, Reste nehmen, wir schicken dich trotzdem zur Schule. Mit dir, Betty, wenn wir den Liebestag ausnahmsweise mal ignorieren, du hast keine Zeit für irgendwelche Technik, Mächte oder Liebereien oder Flirtereien. Du musst dich voll und ganz auf deine zukünftige Karriere konzentrieren. Das geht im Moment nicht anders. Sagen wir mal ein bisschen schlafen. Hausaufgaben und so hat sie ja gemacht. Schule wäre heute normalerweise nicht wie ein Liebestag. Ich schicke sie aber trotzdem zur Schule. Und dann kümmern wir uns erstmal hier rum, damit wir Charisma in das Schauspiel hochkriegen. Das müsste ja auch hierfür zählen. Eigentlich. Da kann man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. So, schmeckst du denn, Betty? Ich hoffe es. Du musst noch anders so ne los. Eww. Ich glaube, am Liebestag haben die normalerweise frei, aber ich werde sie nicht freilassen. Aber Summer wird's auch schwierig. Aber es kann auch sein, dass Summer sich gar nicht mehr für interessiert, aufgrund ihres Alters. Das werden wir sehen. Aber Essen muss sein. So, ein bisschen zusehen. Genau, noch einmal kurz das Örtchen. Dann passt das doch alles. Sehr schön. Der kann sehen mich zur Schule. Geht ja in 15 Minuten los. Ich muss jetzt bloß einen Moment aufpassen, weil... Das könnte durchaus sein, dass sie die Schule... Nicht alleine zur Schule geht, dass ich sie hinschicken muss. Hier wird jetzt kein Sportkanal geguckt. Definitiv nicht. Ich muss mich gucken, ob du hingehst oder ich dich hinschicken muss. Du sollst zumindest. Sie ist Zweierschülerin, reicht aber eigentlich. Sie geht... Sie geht von alleine hin. Alles klar. Erzählt der Liebestag nicht als freier Tag? Hundi! Hallöchen! Was machst du da? Und wie geht's Summer? Summer muss direkt aus Klo. Na gut, ihre Energie ist auch voll. Gut, Summer. Denn, wirst du hier schnell aus Klo gehen? Verwenden? Das kriegen wir hin. Betty ist zur Schule. Sehr schön. Und Hundi? Hundi, du bleibst mal stehen. Anleihenbürsten. Okay, dem Hund muss ich nichts beibringen. Ja, Summer, du schaffst das aus Klo. Du schaffst das aus Klo. Dann gehst du hier auch schnell... Reste nehmen, was wirrstücken. Danach, dein Spaß ist auch ziemlich niedrig. Das regeln wir mit Hundi. Wo ist Hundi denn? Hundi? Kann ich so zum Hundi hin? Ja. Du wirst gleich noch eine Ründchen mit Hundi spielen? Sehr schön. Dann geht dein Spaß auch hoch. Aber wie gesagt, erst Essen, erst Klogang. Und sie macht tatsächlich mit. Ich hätte es nicht gedacht. Ja, es ist halt schwierig, ne? Wenn man keinen Partner hat. Ich glaube, den werde ich komplett ignorieren. Den haben wir ja sonst immer mitgemacht. Den kann man auch einmal ignorieren. Ist ja nun kein Weltuntergang. So, jetzt erst mal schnell Essen, Sommer. Danach mal ein Hundi spielen, damit dein Spaß hochgeht. Du müsstest räumt, theoretisch. Um nochmal befördert zu werden, hier das machen. Aber allerdings glaube ich nicht, dass wir das nochmal schaffen. Also daher, ich weiß nicht, wie lange sie noch aktiv dabei ist. Aber sie konnte zumindest da noch einmal kurz in den Duschen gehen. Und dann hat sie zum Glück ein bisschen Zeit. Warte mal. Nachdenklich duschen, in den Duschen singen, erfrischte Duschen nehmen, Dampfe duschen. Eigentlich könnte sie auch mal bauen, ne? Danach. Sie hat ja mehr als genug Zeit. Das passt doch alles. So, Essen tut sie im Stehen. Warum auch immer. Betty setzt sich ja zumindest hin. Aber Sommer? Liebes Tag, Blumenkarten anfertigen. Im Kunstunterricht lernt die Klasse von Betty, wie man Geschenkkarten anfertigt. Nachdem Betty Glitzer, Bunstifte, Papiertüten und flauschige Pfeifenreiniger bereitgestellt hat, setzt sie sich hin und lässt ihre Fantasie freien Lauf. Die Karten sollen auf der anschließenden Feier in der Klasse verteilt und geöffnet werden. Sie müssen also gut werden. Betty fallen zwei Themen ein. Witzige Blumenkarten anfertigen, herzliche Blumenkarten anfertigen. Wir nehmen mal herzliche. Oh, wollen wir mal langsamer her? Seine Seele in Karten zu offenbaren, die eine ganze Klasse Teenager zu lesen bekommt, ist keine gute Idee. Während Betty eine gefühlvolle Richtung eingeschlagen hat, haben sich alle anderen für etwas Lustiges entschieden. Und jetzt wird sie zum Gespött der ganzen Klasse. Vielleicht, wenn nach einer Woche alle aufhören, sie mit säusiger Stimme anzusprechen. Ach, Betty, daran musst du dich gewöhnen als Promi. Daran musst du dich gewöhnen. Deswegen ist sich das schlecht gelaunt? Eww. Feiertagsflop. Hält zwei Stunden an. Oh gut, das geht aber doch. So, Betty, dann sitzt du schon, ist eigentlich relativ hoch. Fleißig lernen, Freundschaft schließen, faulenzen, Schule... Jetzt nehmen wir mal ausnahmsweise fleißig lernen. So, Sommer. Genau, Sommer sollte jetzt gleich duschen gehen, ne? Oder baden gehen, das kannst du gerne machen. Und ziel geht hoch, Spaß geht hoch, wunderbar. Brutoline freut sich auch. Passt doch alles. Bestens, bestens. Und Sommer, dann mach du mal. Hündchen geht's gut. Essen ist noch da, oder? Essen ist noch da, sehr schön. Schaut, dass man den Hund selber nicht steuern kann. Ihr dürftet duschen gehen? Ja. Ich weiß nicht, wie lange das mit Summer noch anhält. Das ist das Problem. Dekoriert wegen guter Umgebung. Aber Hündchen ist mittlerweile auch gut erzogen. Er will Gasse gehen. Ja, das können wir gleich aber gerne machen. Sommer hat ja noch ein bisschen Zeit. Aber erstmal muss sie fertig baden. Wunderbar. Wo ist denn Hündchen? Der ist schon wieder unten, oder? Oh, mein, oh, mein. Hier, ähm, Joggen gehen zusammen. Simstagram-Tiere reden, spielen. Tierpflege. Spaziering gehen. Wir nehmen aber den kurzen Spaziergang. Sonst wird das Ganze doch schon etwas eng. Sommer. Wer hat dir erlaubt zu daddeln? Du, dein Spaß ist doch komplett hoch. Das brauchst du nicht. Lass es. Sommer. Unterlasse dies. Was stinkt denn hier auf ein Glas? Sommer. Du bist gut hier. Gib mir eine Hund Gassi. Genau. Du musst schließlich nachher nochmal zur Arbeit, du. Genau. Mach das mal. Betty ist in der Schule auch fleißig am Lernen. Na gut, dadurch geht, glaube ich, ihr Spaz runter, ne? Mal gucken. Was macht dann Sims-Bereut? Ja gut, Spaß geht runter. Klar, du ist fleißig am Lernen. Kann ich verstehen. Aber muss auch mal sein. So, sie marschiert los. Ich hoffe mal, dass sie jetzt auch nicht allzu lange braucht. Momentan ist es halt geldtechnisch ein bisschen schwierig. Das Haus ist für Samas Verdienste eigentlich viel zu teuer. Das konnten wir eigentlich nur mit Hilfe von Adelbert leisten. Energie geladen. Yeah. Passt doch. Mit jemandem von Interessen schwärmen. Passt doch, passt doch. Den Liebestag werden wir leider mal ignorieren müssen. Dann gehen wir auch spazieren. Ich müsste eigentlich mal ausprobieren, ob sie von alleine nach Hause gehen, wenn der Spaziergang vorbei ist. Loben. Sie lobt den Hund. Warum nicht? Wenn er brav mitgeht. Kann man gerne machen. Klappt doch mittlerweile ganz gut mit Hundeline. Oder Brutoline? Irgendwie läuft die Zeit, obwohl ich es schneller gemacht habe, nicht schneller. Warum? Wo bist du denn, Summer? Wenn die fragen, ne? Steht da oben und guckt. Alles klar. Schöne Aussicht, ne, Summer? Da hinten so ein leicht verschwommenes Häuschen. Mit Busch in der Nähe. Da das Meer. So, ne? Aber, Summer, willst du nicht mal weiterlaufen? Irgendwie hängst du hier fest mit Hundi. Ach nö, was ist denn nun los? Ja, ähm, warte mal. Das nehmen wir mal raus. Vielleicht hing das wegen dem, ne? Gut, Summer. Zeigen wir dich mal wieder nach Hause? Das geht. Sehr schön. Müsst ihr jetzt auch nicht richtig nach Hause laufen, ne? Aber werden wir gleich sehen. Weiß nicht warum. Sie hing nur gerade fest. Das werden wir gleich sehen, ob sie weiterläuft oder hier zu Hause bleibt. Wäre zumindest schön, wenn sie weiterläuft. Äh, nicht weiterläuft, sondern zu Hause bleibt. Betty kommt ja auch schon gleich aus der Schule. Aber Betty muss auch gleich weiter zur Theater AG. Und du hast es fast geschafft, Betty. Heute noch, dann hast du erst mal Wochenende. Denn wenn du ohne Fähigkeiten hochgetrimmt. Sofern Mami lange genug lebt. Ja, sie geht nach Hause. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann passt er doch. Halt. Stopp. Aus. Vorbei. Dem Energie geladen. Wegen Spaziergang oder was? Guter Spaziergang. Alles klar. Denk ich so kurz auf das Örtchen? Dass so viel Zeit muss sein? Definitiv. Hunger pospiert die eigentlich noch? Energie? Das träumen wir gleich wieder mit dem Käffchen hoch. Du hast auch noch ein bisschen Zeit, bis er zu arbeiten muss. Weil hier liegt überall Hundespielzeug rum. Wirklich überall? Überall? Wo ist denn Hundi eigentlich? Da ist Hundi. Ja, gut, Sommer. Den kannst du hier gleich aufräumen. Wegwerfen? Soll Betty die Klassenkameradin Hina zu sich einladen? Nee, jetzt nicht, weil du musst gleich zur Theater AG. So, Betty. Dir geht es mir eigentlich gar nicht gut. Warte mal, Betty. Das machen wir mal ganz schnell. Brutus wecken. Auch wenn man das eigentlich niemals machen sollte. Deinen schlafenden Hund wecken. So. So, aber du sollst schnell mit ihm spielen. Mehr aus wohl. Hier freundlich. Tierpflege. Spielen. Ganz schnell, bevor du los musst. Damit dein Spaß ein bisschen hoch geht. Genau. Funktionieren. Sehr schön. Summer geht es auch gut. Hast du den vor, Summer? Liegestütze machen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Dir geht es ja eigentlich ganz gut. So, Betty. Du musst gleich zur Theater AG. Theater AG macht keinen Halt vor Feiertagen. Ja, siehst du, Mars. Mars geht hoch. Sehr schön. Jetzt geht sie los, ne? Yep. Viel Spaß, Betty. Viel Spaß. Denn, Betty ist zur Theater AG. Wer hat heute eine Aufführung mit der Theater AG? Andere Haushaltsmitglieder sollten die Vorstellung besuchen, um sie zu unterstützen. Ja, wie soll ich denn das machen? Warte mal. Energiegeladen shoppen. Ah, Aufführung der Theater AG besuchen. Alles klar. Gut, dann machen wir weiter. Ich wusste nicht, dass das geht. Alles klar. Dann geh mal hin, Summer. Guck dir bei deiner Tochter zu. So was macht man. Jetzt geht sie auch zur Arbeit. Okay. So. Summer ist zur Arbeit. Und jetzt Betty. Ja gut, du gehst erstmal schnell was essen. Man sollte auch nach der Schule was essen. Einmal Reste nehmen. Denn einmal schön auf die Blase. Ah, duschen könntest du eigentlich auch schnell. Und der muss aber noch ganz dringend auch nach Hausaufgaben machen. Duschen. Und dann haben wir Wochenende, Betty. Dann kannst du dich voll und ganz auf deine Fähigkeiten konzentrieren. Hausaufgaben machen. Wunderbar. Post doch. Oh, das ist jetzt auch schon ausgezeichnet in der Schule. Bestens. Wir müssen bloß eine Fähigkeit höher kriegen. Aber Schule ist erst wieder am Montag. Hier geht es auch schon höher. Das passt. Kriegen wir also alles hin? Jetzt aber erstmal das Wichtigste. Mommy ist bei der Arbeit. Wer ruft denn da an? Mailer KK. In der Lungen soll ein Talentwerbbewerb stattfinden. Ja, ist eigentlich perfekt für Betty. Aber dafür haben wir natürlich die Zeit jetzt. Betty hat volles Pokéramen. Damit sie irgendwann mal Promi wird. Auch wenn ich in Wirklichkeit meinen Kindern nie so viel zumuten würde. Aber hier in Sims geht ja die Zeit so schnell rum. Das schafft man ja nicht anders. In Wirklichkeit wäre das echt ein bisschen doll. Also die hat das so gut wie keine Freizeit mehr. Das geht natürlich auch nicht. Jo, aber sie ist zumindest gut entzogen. Hundi ist am vorderen. Hundi geht es mittlerweile auch richtig gut. Das freut mich. So, danach müsste sie duschen und Hausaufgaben machen, ne? Und nach den Hausaufgaben machen, dürfte sie eigentlich nochmal ein bisschen mit Hundi spielen. Äh, streicheln, umarmen, reden. Äh, freundlich war das, glaube ich, ne? Spielen. Hier ist nochmal, Klogang ist auch erledigt. Ich glaube nicht, dass wir es heute nochmal schaffen, eine Fähigkeit hochzukriegen. Aber dafür haben wir Wochenende. Zumindest die Schauspielerei muss hoch. Damit mache ich gleich beides. Für die Schule und für die Theater. Den kriegen wir es hin. Mommi ist arbeiten. Jo, Mommi geht es aber auch noch gut. Den mo' up in die Dusche, Betty. Das muss sein. Du stinkst leicht. Aber nur die Zähne. Was ist das hier eigentlich? Kamera Option. Alles klar. Ah, Hina möchte vorbeikommen. Äh, äh, ausnahmsweise mal. Auch wenn sie Hausaufgaben machen muss. Auch Hundi, dat geht so aber net. Dat geht so nur echt net. Übertrinken aus Fünzen belehren. Hat das ihre Freundin? Ey, 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 ey. Aber irgendwas stimmt in meinem Spiel nicht. Hier sind alle Sims breit. Ich weiß nicht warum. Ja, ich hab keine Zeit, dich reinzulassen. Du, ähm, Betty ist beschäftigt. Geht leider nicht Vielleicht kommt sie ja von alleine rein Ich weiß das nicht, müsste ich echt mal gucken Die steht da vor der Tür und Ja, so alles gelernt hat der Hund noch nicht, ne? Die geht von alleine rein Und ist stinkig Wahrscheinlich wegen dem Hund Oh, was ist mit dir denn los, Summer? Angespannt, weswegen? Ja gut, Bettys Spaß geht natürlich runter bei den Hausaufgaben, das ist klar Ja gut Betty hat die neue Fischspezies Forella bestimmt Was, ne Forelle Die an einigen Angelplätzen von Hina Sakai entdeckt wurde Ah ja, alles klar Die unterhalten sich also über Fische Gut Oh, Hausaufgaben hat sie doch jetzt fertig Sie quasselt mit Hina Oh, ihre Energie ist ja sehr niedrig Ja, du kannst auch gleich ins Bett Betty, das kriegen wir alles hin Aber vorher musst du dich noch um Hündchen kümmern So, was schaust du denn deine Hausaufgaben fertig zu kriegen? Lass dich nicht ablenken So, ähm, Liebestaggeschenk geben, nach Hause schicken Was zum Henkel, sollst du sie nach Hause schicken? Was ist das für eine Badehuse, Alter? Was ist das für eine hässliche Badehuse, Alter? Mit den dicken Flecken auf dem Hintern So, Betty, fertig? Sehr schön So, dann einmal kurz hier mit Hündchen spielen Und Dennoch einmal Hündchen belehren Damit er es lernt Oder sie lernt Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass es eine Hündin ist Genau, Spaß geht auch wieder hoch Passt doch Genau, so Hat es aber belehrt Jetzt geht es aber ins Bett, Betty Sehr schön, sehr schön Um die Fähigkeiten kümmern Wir müssen am Wochenende Sie hat ja Freu Wie lange muss Mami jetzt arbeiten? Ich glaube, bis 23 Uhr, ne? Bis 23 Uhr, alles klar Ah, da kommst du hier auch schon gleich Dort ist sie Sehr schön Summer, du stäßt hier Oha Summer, Summer, Summer Ja, ich weiß Deine Energie ist auch ziemlich niedrig Du gehst aber allerdings noch mal schnell was essen Reste nehmen Das muss sein Angespannt Braucht dringend Urlaub Wegen Arbeit Ja, ob sich Urlaub bei dir noch lohnt, Summer Ich weiß nicht, ich weiß nicht Danach gehst du noch mal schnell pullern Das muss auch sein Und dann kannst du auch ins Bett Alter Der Kühlschrank kann nichts dafür, Summer Das habe ich dir schon so oft gesagt Der Kühlschrank kann nichts dafür Musst du denn morgen wieder zur Arbeit? Ja, musst du Aber erst um 17 Uhr Passt also alles Zumindest hat sie ein bisschen Geld mitgebracht Den Fodder ist moräunen Summer, stinkt dann Der ist der Teller daneben Ich muss grad sagen Das nennst du aufessen, Summer Das nennst du aufessen? Naja, egal Jetzt ein bisschen hast du ja gegessen Pullern tust du auch grad Denk uns gleich ab ins Bett gehen Hündchen geht's ja auch Betty? Weswegen stehst du auf? Ah, weil sie energiegeladen ist So, was macht denn der Hund hier? Über aufwecken belehren Ach, der Hund hat sie aufgeweckt Alles klar Gut, den belehre einmal kurz den Hund Geh nett Über aufwecken belehren Hängst du wieder fest da? Ah, ein Scheun Also nochmal Über aufwecken belehren Ja, jetzt geht's Sag mal, das ist ein Bett Betty schicke ich auch sofort ins Bett Sie soll bloß den Hund kurz belehren Damit er das mal lernt Betty? Ja, wieso rennst du denn da hinten ganz hin Wenn der Hund hier steht? Okay So, jetzt wieder schlafen gehen Betty, Betty, Betty Du brauchst doch einen Schlaf Du hast noch viel zu tun Ich glaub, man muss den Hund echt sehr, sehr häufig belehren Bis der immer was lernt, ne? Das geht gar nicht anders So, jetzt schlafen alle wieder Passt doch Betty hat Freu Liebestag war grauenhaft Jo Bei beiden Aber ich hab ihn ja auch komplett ignoriert Man muss ja nur nicht jeden lieben Feiertag mitnehmen Traurig, weswegen? Grauenhafter Feiertag Ach komm, Betty Das geht vorbei Das geht vorbei Du willst jetzt erstmal Das kennen wir doch schon Nein, du brauchst dich wegen dem Feiertag nicht aussäulen So, aus Klöchen gehen Und dann schnell was essen Ich hoffe, da ist noch was im Kühlschrank Wo ist das nicht? Äh, Reste nehmen Jo, ist noch was drin Wunderbar Danach geht's dir doch eigentlich relativ gut Denn willst du dich gleich hier unten Um neue Texte kümmern Das geht vorbei Das geht vorbei, Betty Mami, lass mal noch ein bisschen schlafen Auf, wenn sie heute zu arbeiten muss Aber sie ist heute nicht mehr die Jüngste So, dann hol dir mal was Schönes zu essen Dann machen wir die Schauspielkunst hoch Das klingt nicht anders Ist sie oben oder was? Geht's dir gut, Betty? Du kannst dich auch nicht entscheiden, ne? Du kannst dich absolut nicht entscheiden Dem Hund kriegen wir schon noch erzogen Das wird ein richtiger Musterhund Jo, Essen tut sie Sehr schön Genau, ja Abwaschen kannst du von mir aus Und danach sollte sie jetzt eigentlich unten Die Schauspielkunst üben Damit das Klo hier oben frei ist von Mami gleich Da passt dann auch alles Genau Runter mit dir, Betty So, wie geht's denn, Mami? Ah, Mami, Mami, Mami Warte, warte, warte Ich jauch dich mal aus dem Bett Weil deine Energie ist voll Verwenden Und danach gehst du was essen Und zwar ganz dringend Reste nehmen Das muss sein So, bei ihr sollte doch die Schauspielkunst dadurch hochgehen Ja, die müssen wir nämlich auf drei kriegen Das kann sie jetzt definitiv erstmal machen Sie kriegt gleich nochmal was zu essen Kümmern wir uns erstmal ums Sommer Schnell was essen, Sommer Genau Sehr schön Und sie übt, sie übt Gut, wunderbar Und die Blumen schon wieder Ja, traurig wegen schlechten Feiertag Die haben schon wieder Gegen Käfer einsbrühen Na gut Da pflanze ich wahrscheinlich Nächstes mal neue Und bewässern könntest du die eigentlich auch mal, ne? Ernten, alles verkaufen Rosen verkaufen Na gut, warum nicht? Kannst du dich mal drum kümmern, Sommer? Aber es wird gegessen Dafür koin wir ich dran vorbei Und spielt mit Queen-Spielzeug So, Betty, wo bist du hin? Was machst du da? Aufräumen Ja, gut Aufräumen darfst du Danach gehst du nochmal was essen Dann machst du aber weiter mit deiner Schauspielkunst Dann nimmst du nochmal Level 2 der Gartenfähigkeit erreicht Sehr schön Wie, Robin? Na gut, Betty Dann lernst du halt auch nochmal das Kochen Du machst schnell einen Gartensalat Wir fangen klein an Familiengröße Nein, Betty Nein, Betty Das kannst du erst wegräumen Erst wegräumen Betty, Betty Oh, Mann Du fängst an wie Donnermutter Die ist noch voll dabei Yep Steck mir aber bitte nicht die Küche in Brand Die Kochfähigkeit erworben Sie hat echt Rosen verkauft Aber die pflanzt ist denn da noch? So, was mit denen hier? Alle gießen Alle gießen Und dann gehst du auch gleich noch was essen Sobald deine Tochter gekocht hat Vielleicht kommt da ja was Gutes bei raus Wir wissen es ja nicht Wir wissen es ja nicht Ist Essen fertig? Nein, noch nicht ganz Jetzt ist Essen fertig Gut, Betty, ist was Dann darfst du dir auch was nimmst Summer Äh, ein Gericht nehmen Passt doch Und du hast auch Hunger Äh, genau Und danach kannst du es auch weglegen Nach dem Essen Gegossen sind die Rosenstrauch Jahreszeit normal Also langsam wird es ja doch mit den Pflanzen Und den Pflanzen Wie geht es den hier? Alle gießen Kann man auch nochmal machen Passt doch So, Betty Mami muss ja nachher nochmal zur Arbeit Aber du, Betty Ja, bei dir ist eigentlich wieder alles okay Sozial geht auch so ein bisschen hoch Ess erstmal auf Und nach dem Essen Wirst du hier nochmal ein bisschen Texte lernen Das muss sein Wie gesagt Volles Programm Ähm, das geht nicht anders Na, Summer Dann kannst du aber auch gleich alles mitnehmen Eigentlich So, Betty Machst du jetzt das, was du sollst? Macht sie Sehr schön Oh, Texelen Muss sein, ne? Sehr schön Ich möchte das hier einfach nur hochkriegen Ihr Spaß geht dabei aber so tierisch in den Keller Alter, Summer Was ist denn jetzt schon wieder? Nicht genug Training Reiß dich mal zusammen, Summer Du sollst jetzt nicht trainieren vor der Arbeit Oh je Das geht nicht mehr lange gut mit Summer Ähm, was haben wir denn hier? Krokusse verkaufen Können wir auch machen? Und hier auch? Krokusse verkaufen Gibt zumindest ein bisschen Kleingeld Oh, die wachsen ja wieder nach, ne? Glaube ja Und hier vorne die Pflanzen Kann man die auch verkaufen? Löwenmöhrchen verkaufen Tatsächlich Die wachsen mich wieder nach So, Betty Nun sehen wir ein bisschen zu Wir müssen gleich noch was mit deinem Spars tun Zum Glück hat sie heute Zeit Alten Betty Betty, 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 Betty Wo willst du hin? Ansehen Du bist noch nicht fertig, meine Liebe Du wirst das dieses Wochenende nach oben treiben So, und Summer Ihr Spars ist auch so ziemlich im Keller Aber Summer will jetzt daddeln Dann dürfte das zumindest gleich hochgehen Ja, oder was macht sie da? Ein Forum provozieren Naja, solange sie Spaß dran hat Provozieren sollte man eigentlich nicht tun Level 3 der Schelmfähigkeit erreicht Passt doch, passt doch Gut, Summer geht so weit Aber auch echt ganz gut Sogar so Zioll geht ein bisschen hoch Betty, was machst du denn schon wieder hier oben? Hast du das hochgelernt? Moin, dein Schauspiel ist noch nicht fertig Gut, Betty Weißt du was? Denn, du hast ja zum Glück Wochenende Du gehst erstmal hier Hochspringen an Theken belehren Um Hundchen müssen wir uns ja auch kümmern Genau Wir spielen im Pfützen belehren Der Hund hat schon wieder jede Menge Mist gebaut Gut, das hat gelehrt Nicht an Theken hochzuspringen Sehr schön Sehr schön, sehr schön Und jetzt Du sollst den Hund einmal boarden Warten Genau Passt doch Genau Gib dem Hund die Body Und danach, wenn du ihn gleich gebordet hast Wirst du ihm nochmal spielen Und dann lernst du weiter, Betty Das geht nicht anders So, Summer Und du wirst Das machst du aber unten Damit das Bad frei ist Was will er da vor der Tür? Hier noch einmal das Klöchen gehen Weil du musst in zwei Stunden schon zur Arbeit Und? Ja gut, da haben wir soweit den Griff Kannst du auf Leid noch Hände waschen Aber das macht sie ja automatisch Dann passt das doch alles So, Betty ist angespannt Weswegen Braucht Vergnügen Ja, das kriegen wir gleich hin Deswegen sollst du ja auch gleich mit Hunden spielen Sobald du ihn fertig gebordet hast Beruhigen, streicheln Reden, bürsten Freundlich Küssen Du sollst nicht den Hund küssen Küssen, loben, kennenlernen Freundlich Beruhigende streicheln Beruhigend streicheln Auf Couch verwöhnen Wieso geht denn das Spielen jetzt nicht? Ja gut Dem Hund geht es aber auch gleich wieder gut Denn wirst du hier ein Spiel spielen Du spielst Sims Forever Weiß nicht, wer er hier ist Aber so langsam Aber sicherst Stück für Stück Kriegen wir den Hund doch mal Perfekt Sie bringt Müll raus Ja, warum nicht Du hast doch noch ein bisschen Zeit, Summer Aber Hier, das kannst du aufwischen Was Nein, schweißt doch nicht den Müll da hin Och, Summer Das hättest du schon noch fertig machen können Gut Dann nimmst du deine Mähe auch noch mit Kann ja nicht schaden Du sollst schließlich auch noch mal zur Arbeit So, Betty Gut, sie, Dattles Summer muss in einer Stunde zur Arbeit Sehr schön Hündchen geht's gut Jo, ihr Spaß geht hoch Das passt auch Dann geht's nochmal aus Klöchen Einmal schnell ein Ründchen duschen Sie hat ja zum Glück Zeit Einmal hier aufwischen Und dann Gehst du nochmal neue Texte lernen So, Betty Du hast wieder volles Programm Und Summer Ach, sie wischt die Pfütze hier auf Alles klar Nimmst du gleich mit Gut Dann wirft sie unten den Müll weg Und dann muss sie sie wieder schon zur Arbeit Aber Summer geht's für ordentlich ganz gut Oder? Müsst du ordentlich Draußen nochmal den Müll weg Und dann ist es eh schon fast soweit Dann kann sie wieder dicke Moneten Ich hoffe, sie lebt echt noch eine Weile Vielleicht hat dafür Jungen's Trank ja auch geklappt Und er zeigt's mir bloß nicht an Aber sie lebt schon erstaunlich lange Bei Adelbert ging's schneller So, Betty Ich glaub, dein Spurs ist hoch, ne? Hier Dann kümmere dich mal um den anderen Kram Und so, mal geht's so weit gut, ne? Jo Hier noch einmal den Müll weg Der Hund hat schon lange keinen richtigen Blödsinn mehr gemacht Er ist sehr gut erzogen mittlerweile So, und sogar hat sie Gott den Fähigkeitsdufe 2 erräucht Ja, wie lange sie lebt, zeigte mir ja leider nicht mehr an Weil das blinkt ja hier schon eine ganze Weile Schachspielen, ja gut, Sommer Das wirst du wohl nicht mehr schaffen Das glaub ich nicht Und du musst in 3 Minuten los In der Stadt findet das Romantik-Festival-Stort Auch dafür haben wir im Moment keine Zeit Jo, Sommer geht zur Arbeit Jo, sehr schön Gut, Betty Fertig duschen Was hast du jetzt schon wieder? Eklige Sanitäranlagen Wenig schmutziger Sanitäranlagen Ja, ju Das werden wir später mal putzen Aber nicht jetzt Sommer ist zur Arbeit Und sie Es reicht ja schon, das voll zu kriegen Das reicht ja schon, oder? Glaube ich Fabio Offermann Ach, das ist schon wieder der Weihnachtsmann Nee, so weit sind wir noch nicht Später, Später, Später Dadurch geht sogar so ein Sjol hoch Sehr schön Wunderbar Level 3 der Schauspielfähigkeit erreicht Betty hat jetzt gelernt Eine romantische Szene mit anderen Sims zu spielen Das passt doch Denn genau Für die Schule haben wir alles abgeschlossen Alles klar Und hierfür auch, sage ich noch Zwei Fliegen mit einer Klappe Jo, mit Hündchen darfst du gerne spielen Das passt Der Hund ist ja schon wieder dreckig Warum? Dann habe ich doch eben erst Logan Ja gut, darfst gerne mit dem Hund reden Da hat keiner was gegen Oh, ich habe Siehst du aus, als ob du Brutolinier Schon wieder dreckig Na ja, gut Auf jeden Fall Hast ja alles erledigt Du gehst dann kurz vor das Essen, Betty Äh, Reste nehmen Und danach Gehst du hier einmal kurz Musst ja nicht alles deine Mutter machen lassen Brutusbaden Und bis zur Perfektion polieren Da ist noch mal ein bisschen Buße, ne So, bedeutende Kritiker Summer bemerkt das Geflüster des Küchenpersonals Was? Summer bemerkt das Geflüster des Küchenpersonals Und fragt, was los ist Es stellt sich heraus Dass Giraudet Ein bedeutender Restaurantkritiker Platz genommen hat Summer kann entweder mit einem einzigartigen Gericht Wie Hummer, Tempidor Ihr könnt unter Beweis stellen Oder Macaroni mit Käse servieren Das Lieblingsgericht des Kritikers Ah, man sollte Kritiker nicht bestechen Das, nee Wir nehmen Hummer, Tempidor Die unverwechselbaren Aromen Die cremige Konsistenz Und die fabelhafte Präsentation Des Hummers, Tempidors Sollten genügen Um anspruchsvolle Sims Zu einem Besuch im Restaurant Und Summer zu bewegen Na, war doch richtig So, Betty Du bist Genau Grott am Essen Danach dürfte sie die Dusche putzen Hoffen wir doch mal Wir haben alles fertig gekriegt Wir haben erst so umstags Ja, dann sind wir noch ein bisschen Zeit Bis zur Schule Dann passt das doch perfekt Das dann, bevor wir heute am Ende Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Wir hören uns dann morgen wieder Tschüssi Bis zum nächsten Mal Tschüssi Bis zum nächsten Mal.